Was ist die Vivi App und was findet man dort und was hat das Ganze für Nutzen und für eine Zukunft? Das werden wir heute einmal besprechen. Das heißt, bleib auf jeden Fall unbedingt bis zum Ende des Videos dabei, wenn du wirklich zu diesem Thema nichts verpassen möchtest. Jetzt würde ich einfach sagen, viel Spaß mit dem gesamten Video. Der größte Marktplatz für Premium Digital Collectibles ist Vivi. Und auf diesem Marktplatz kannst du Kindheitshelden oder auch zum Beispiel deine Lieblingscomics, zum Beispiel von Marvel, sammeln. Und das Ganze digital. Was das Ganze für Nutzen digital hat, darauf werden wir am Ende des Videos nochmal genauer eingehen. Das Ziel ist es, das Sammeln aus der physischen Welt komplett ins Digitale zu holen und wirklich hier das Sammeln im Großen und Ganzen zu revolutionieren mit der NFT-Technologie. Da der Klimaschutz in der heutigen Zeit auch eine große Rolle spielt und da Vivi natürlich hier auch einen Beitrag dazu leisten möchte, sind sie tatsächlich 99,9% CO2-neutral. Das Ganze wird erstmal gewährleistet über die Ethereum-Blockchain, worüber sie minden, wo hier auch schon ein sehr geringer CO2-Abdruck entsteht. Außerdem setzen sie eine Milliarde OMI-Token ein, um sie zum Beispiel in Kosten von Entwicklung oder auch Herstellung von NFTs zu lindern, beziehungsweise hier die CO2-Neutralität dann wieder herzustellen. Sei es, dass sie irgendwelche Projekte finanzieren und damit im Prinzip hier ihren eigenen CO2-Ausstoß vermindern. Das Besondere ist bei Vivi, dass sie hier mit wirklich namenhaften und sehr großen Brands zusammenarbeiten. Sei es zum Beispiel Lamborghini, Citroën, Disney oder auch zum Beispiel Marvel und allen anderen Sub-Brands von Disney. Unter anderem seht ihr hier auch eine weitere Übersicht von vielen, vielen weiteren Brands. Du kannst an dieser Stelle einfach mal kurz stoppen und dir das Ganze durchlesen. Wirklich namenhafte Unternehmen mit dabei, wie zum Beispiel Sony, DreamWorks oder auch zum Beispiel Universal oder CBS. Und es sind noch sehr viel mehr, von denen wir teilweise gar nicht wissen. Mittlerweile sind es über 250 Lizenzen. Nicht nur von diesen großen Unternehmen sind welche dabei, sondern auch von etwas kleineren Künstlern. Zwischen Disney und auch Vivi besteht außerdem eine sehr große und enge Partnerschaft. Denn wenn man sich in die Vivi-App mal einloggt, dann merkt man ziemlich schnell, dass hier Disney mit ihrem Content zum Beispiel von Star Wars, Marvel und auch viel mehr sehr, sehr dominant ist. Und dementsprechend hier auch die Vivi-App für sich etwas beansprucht. Und dementsprechend kann man auch ganz klar sehen, Disney hat hier definitiv im Interesse, auch so viel wie möglich rauszubringen, um natürlich dann auch in Zukunft genug Profit zu machen. Das ist natürlich auch für sie ihr Ziel, ganz klar. Und dementsprechend haben sie natürlich auch im Interesse, hier die App langfristig auch zu unterstützen, beziehungsweise auch zu pushen, sei es auf eigenen Social-Media-Kanälen oder auch über Giveaways, hier Marketing zu betreiben für ihre eigenen NFTs. Denn Disney bekommt durch jeden Verkauf 6% und dementsprechend ist das auf jeden Fall hier wirklich eine enorm krasse Einnahmequelle für das Unternehmen. Hier habt ihr übrigens mal ein ganz kurzes Beispiel von Collectibles, die wir tatsächlich schon auf der App haben, sei es zum Beispiel Darth Vader, C3PO oder auch R2D2 oder zum Beispiel auch Obi-Wan Kenobi, teilweise auch zu einer neuen Serie gedroppt. Die momentanen Anwendungen der Collectibles begrenzen sich bis jetzt jedenfalls auf Augmented Reality. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel eure NFTs, bitte eure Collectibles, auch in Augmented Reality platzieren, so wie ihr hier seht, wo ich mein Lamborghini zum Beispiel in eine Straße reingesetzt habe. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch die Möglichkeit, den eigenen Showroom zu nutzen, wo ihr zum Beispiel eure Collectibles auch rein platzieren könnt und damit einfach ein bisschen Quatsch machen könnt. In Zukunft wird es aber natürlich auch noch das eigene Metaverse, beziehungsweise das Viverse geben, wo du deutlich, deutlich mehr machen kannst, als bis jetzt mit deinen Collectibles. Du kannst zum Beispiel mit Freunden einen Showroom gestalten, du kannst aber zum Beispiel auch noch sehr viel mehr Funktionen dazu machen. Dazu werde ich jetzt aber nicht weiter eingehen, denn das ist wirklich ein sehr, sehr großes Spektrum, was das VV-Version umfasst. Generell kann man aber sagen, die Qualität der NFTs ist deutlich besser und ihr habt deutlich mehr Funktionen hier, um wirklich coole, coole Dinge zu machen in Zukunft. Außerdem wird es unterschiedliche Showrooms geben, beziehungsweise unterschiedliche Welten, zum Beispiel von Disney, Marvel, Star Wars und noch sehr viel mehr. Die Qualität ist außerdem deutlich besser, weil VIVI hier mit Unreal Engine beziehungsweise Unity zusammenarbeitet, um natürlich hier wirklich das Beste aus den NFTs grafisch rauszuholen. In den kommenden Monaten wird es außerdem möglich werden, seine Collectibles auch auf einen digitalen Bilderrahmen zu übertragen. Zum Beispiel hier seht ihr das gerade, das war auf der DesignerCon 2022 in Anaheim in den USA. Hier konnte man im Prinzip seine digitalen Collectibles, wie gesagt, auf einen Bildschirm projizieren und das finde ich persönlich ziemlich cool, wenn ich mir vorstelle, dass ich mir dieses Bild hier von Mondo auf so einen etwas größeren digitalen Bilderrahmen machen kann und mir dann zum Beispiel da hinten an die Wand hängen kann. In der physischen Welt würde ich wahrscheinlich an dieses Bild hier nicht mal rankommen und so habe ich das Ganze digital, besitze es auch und kann mir das Ganze trotzdem an die Wand hängen. Ich persönlich empfinde das jedenfalls als sehr, sehr coolen Vorteil und sehe da definitiv auch die Zukunft zum Beispiel für Poster, die zum Beispiel aus Star Wars rausgekommen sind, unter anderem von 1976 und 1977, die ganz exklusiv nur zu dieser Zeit gemacht wurden und heute physisch eigentlich so gut wie gar nicht mehr auffindbar sind und dementsprechend hier natürlich für Star Wars Fans das extrem interessant werden kann. Ich persönlich habe mir unter anderem auch einige Bilder davon geholt, da ich dort einfach die Zukunft sehe. Und nun kommen wir nochmal zu dem Punkt, warum sollte ich mir jetzt digitale Collectibles holen und was macht jetzt den Unterschied zum physischen? Erstmal muss man ganz klar sagen, Digitales bietet dir einfach sehr viel mehr Möglichkeiten. Du musst das Ganze nicht irgendwie mit dir rumschleppen, sondern du hast alles digital auf deiner Wallet beziehungsweise auf deiner App, beziehungsweise unter deinem Account und dementsprechend musst du dich einfach nur einloggen und dann hast du dort alles an einem Platz. Physisch musst du das Ganze immer mit dir rumtragen, dann kann was kaputt gehen, dann kann etwas zerkratzen und vieles mehr. Und wie gesagt, du kannst das Ganze ortsunabhängig nutzen. Du brauchst eigentlich nur eine Internetverbindung und natürlich Strom für dein Handy und in Zukunft vielleicht für deine AR-Brille, wer weiß. Aber das sind auf jeden Fall die einzigen Voraussetzungen, die du dort erfüllen musst. Ansonsten ist das Ganze tatsächlich relativ sicher auf deinem Account. Außerdem kannst du in Zukunft diesen digitalen Collectibles deutlich mehr Utility geben, beziehungsweise einen Nutzen geben und nicht so wie in der physischen Welt, wo du häufig dann irgendwie ein großes Comic bräuchtest, um zum Beispiel auf eine Party zu gehen und das Ganze sozusagen als Eintrittskarte zu nutzen. Ist jetzt mal wirklich ein sehr simples Beispiel. Sondern wenn du das Ganze digital hast, kannst du das einfach auf deinem Handy vorzeigen und das Ganze ist gebongt. Gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel einmal das Vivi-Logo. Ich werde das Ganze an dieser Stelle mal ganz kurz einblenden. Das ist sozusagen vom Team rausgegeben worden, wie eine ganz bestimmte Anzahl von Leuten. Und diese Leute, die das bekommen haben, ich habe unter anderem auch eins, die haben im Prinzip die Möglichkeit, in der Community eigene Events auch zu organisieren und dieses Vivi-Logo dann auch als Eintrittskarte zu nutzen. Beispiel gab es tatsächlich auch schon in Anaheim. Dort hat zum Beispiel ein Community-Mitglied einen Raum angemietet und für Essen und Drinks gesorgt. Und das Ganze war dann wirklich am Anfang auch erstmal nur exklusiv für Vivi-Logo-Halter und die sind dann dort alle reingekommen. Außerdem gibt es noch viele, viele weitere Events, die auf jeden Fall in Planung sind von Leuten aus der Community. Und generell ist das wirklich ja nur ein Beispiel, um dir an die Hand zu geben, was man damit alles machen könnte. Außerdem ist digital sehr viel cooler, da du zum Beispiel Animationen hinzufügen kannst. Du kannst außerdem im Nachhinein immer noch Nachbesserungen nachliefern und sozusagen ein Update liefern für ein NFT. Das ist natürlich im physischen Raum nicht so ganz möglich. Und außerdem könnte man das Ganze auch als Anwendung, zum Beispiel als Promocode nutzen. Das heißt, dass man zum Beispiel in Zukunft dann seine Vivi-NFTs auch auf die Meta-Mask holen kann und zum Beispiel es gibt eine Promo-Aktion, sei es zum Beispiel bei H&M und du musst dann sozusagen dein Vivi-NFT damit verknüpfen beziehungsweise deine Meta-Mask mit H&M verknüpfen, dann sieht H&M okay, dort in der Wallet ist das entsprechende NFT, was genutzt werden kann für den Promocode. Dann wird dir der Promocode gegeben und das Ganze ist sozusagen gebongt. Das heißt, es gibt ja wirklich unfassbar viele Möglichkeiten, meiner Meinung nach jedenfalls, im digitalen Space für solche Collectibles in Zukunft. Wenn man außerdem diese ganze Digitalisierung verfolgt und wirklich auch daran glaubt, dass alles in Zukunft digitaler wird, dann sollte man sich definitiv mit diesem Thema auseinandersetzen. Denn ja, wenn wir in zehn Jahren vielleicht nicht mehr auf diesem technologischen Stand sind, wo wir jetzt sind, dann haben wir sowieso ganz andere Probleme, meiner Meinung nach. Dementsprechend, ich beschäftige mich jedenfalls damit intensiv und wenn du auf jeden Fall zu diesem ganzen Thema nichts verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall unbedingt meinen Kanal. Ich berichte wirklich fast täglich hier mit den wichtigen Vivi- und auch Ecomi-News. Zu dem Ecomi-Token findest du hier unter mir einmal ein Video. Schau dir das auf jeden Fall an. Das ist ein Krypto-Token, der unter anderem von der Mutterfirma von Vivi gemacht wurde und umfangreich in die Vivi-App eingebaut wurde. Mehr Informationen findest du aber hier unter dem Video dann. Und das war es im Großen und Ganzen vom Thema Vivi Collectibles und warum das Ganze auch so interessant ist. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig, wer dir da draußen fürs zusehen und wünsche noch einen wunderschönen Morgen, bitte guten Abend. Bis dann, der Käpt'n. Ciao, ciao.